Seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Ich rede heute mit Imk über unsere Position, den freien Diskurs, über einige Sachen, die mir aufgefallen sind und die wir beide, glaube ich, anders sehen, um es mal so allgemein zusammenzufassen. Denn du hast ja vor einiger Zeit schon auf meine Diskussion mit Baba Bartonek reagiert und meintest, also du hast da einige Sachen gesagt, die ich dann anders sehe und da hatte ich halt geschrieben, hey, lass einen Talk machen und dann hast du gesagt, hey, können wir machen und ja, jetzt sitzen wir hier. Genau. Es sind teilweise Sachen, die du so siehst, die ich, glaube ich, auch mal so gesehen habe, von denen ich mit der Zeit so ein bisschen mehr Abstand genommen habe und dachte, war das überhaupt eine gute Idee, das zu denken? Also, ich wollte kurz zusammenfassen. Ja, dann fass mal zusammen. Naja, also du hast ja, glaube ich, im Sinne des freien Diskurses gesagt, man kann ruhig mit jedem reden und man kann auch mit jedem hier so einen Talk machen und mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ich habe da so Bedenken, dass sich ein paar Leute da reinmischen könnten, die nichts Gutes im Schilde führen und die ihrerseits auch gar nicht wirklich an einem richtigen Diskurs interessiert sind, sondern eigentlich dich da quasi ausnutzen, um Werbung für ihre komische Sache zu machen, was auch immer das jetzt ist. Also es gibt ja verschiedene Akteure gerade und die wollen dann da ihre Partei oder ihre Organisation oder irgendetwas bewerben und interessieren sich vielleicht auch gar nicht so sehr für deine Seite, wie sie das vorgeben, sondern sie denken einfach nur, ach, da ist so ein junger Typ und dem gucken einige Leute zu. Da kann ich ja vielleicht rein und ein bisschen Werbung für mein Zeug machen. Und ich weiß nicht, ob man diese Leute so unbedingt dabei haben muss. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, es gibt Personen, mit denen niemand reden kann, aber ich glaube, man muss denen auch schon gewachsen sein und man sollte nicht irgendwie naiv reingehen und sagen, ich mache jetzt mal hier einen Talk mit dem Anführer von irgendeiner gruseligen Gruppe oder so, sondern das sollte dann vielleicht jemand sein, der ähnlich rhetorisch geschult ist oder von diesen, ja, der irgendwelche, also ich, ne, du hast rhetorisch schon eine Menge drauf. Ich schätze dich ja auch sehr. Du bist auch ein kluger Typ. Ich glaube nur, es gibt da so gewisse Tricks, die man auch als kluger Mensch kennen muss, um da richtig mit umgehen zu können. Und ich glaube halt auch nicht mehr dieses, ja, alle sagen halt einfach ihr Ding und alle bringen irgendwie ihr Thema rein und diskutieren dann darüber und der Zuschauer entscheidet dann, was am cleversten ist, weil ich glaube, viele Zuschauer sind dafür zu verblendet oder zu blöde. Also nicht alle, aber ich glaube, bei uns sind wahrscheinlich auch ein paar Leute, die sowas verstehen. Wir reden ja oft auch über gewisse Themen, aber ich glaube, es gibt einige Leute in der Gesellschaft, die lassen sich leicht mitziehen in irgendeine komische Richtung. Hat man in der Geschichte ja auch mehrmals gesehen, dass da Dinge passiert sind, wo irgendein Demagoge das Volk in eine Richtung gelenkt hat und die dann angefangen haben, Kriege anzuzetteln oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist schon der erste Punkt, wo ich widersprechen würde. Also ich glaube nicht, dass die meisten Menschen zu blöd sind, um politische Zusammenhänge zu verstehen. Ich glaube, es liegt am Mangel im Interesse. Also wenn du dir jetzt einen Durchschnitts-IQ der Menschen ansiehst, dann haben, glaube ich, 80 Prozent der Menschen, korrigiert mich, wenn die Zahl falsch liegt, einen IQ von 85 oder darüber. Das heißt, ein IQ, der dich auf jeden Fall dazu befähigt, so ziemlich alle politischen Zusammenhänge, die du verstehen musst, alle wirtschaftlichen Zusammenhänge, die du verstehen musst, verstehen zu können. Weißt du, mit IQ 85 versteht man das? Der IQ, der ist normal verteilt. Achso, würde ich sagen, das ist ja jetzt ein leicht unterdurchschnittlicher IQ und der IQ, der kann durch Training ja durchaus um, ja, 10, 15 Punkte schwanken. Also bei der gleichen Person in der kurzen Zeit. Viele Leute, dann glauben eine Menge Leute an irgendwelche abstrusen Religionen oder Esoterik oder Sternzeichen oder was weiß ich was. Und wenn du einfach siehst, wie große Teile der Bevölkerung an ein richtig hanebüchendes Zeug glauben, dann weiß ich nicht, ob du denen irgendwie zumuten kannst. Ich mache jetzt hier drei Stunden Talk mit irgendeinem, weiß nicht, Pressesprecher irgendeiner Partei und die verstehen dann schon, wie der was meint und wie das einzuordnen ist. Ja, ich meine jetzt grundsätzlich von der Intelligenz her. Ich meine jetzt nicht, dass die Leute es verstehen, denn ich glaube nicht, dass es am IQ liegt, sondern, also an Intelligenz, IQ ist dafür ja nur ein Proxy, sondern an mangelndem Interesse. Viele Leute interessieren sich nicht für Politik und deswegen kann sich dann Christian Lindner eine Talkshow setzen und sagen, wenn wir sparen, dann geht es der Wirtschaft dadurch besser. Was ja vollkommener Schwachsinn ist beispielsweise. Oder Trick it down, wir senken die Steuern für Unternehmen und dann investieren die mehr. Was in den letzten 30 Jahren ja nicht passiert ist. Die Unternehmenssteuern haben sich halbiert und gleichzeitig ist die Investitionsquote gesunken. Also die Unternehmen haben weniger investiert bei deutlich sinkenden Steuern. Also das sind jetzt ziemlich einfache Zusammenhänge, kann man empirisch ziemlich einfach aufzeigen. Aber die Leute, die wissen nicht darum. Erstmal, weil sie sich nicht dafür interessieren und zweitens, weil sie von den Medien nicht aufgeklärt werden. Das heißt, ich glaube, es liegt nicht am mangelnden Auffassungsgabe, sondern am mangelnden Interesse einfach. Meinst du echt, die wollen einfach alle nicht? Ja, ja. Na, aber wenn du jetzt einen Talk machst mit, weiß nicht, such dir irgendwen aus, schwierige Personen, die versucht, irgendeine krude Ideologie unter die Leute zu bringen. Meinst du dann, die Zuschauer, die von dem, von dir und vielleicht irgendwie von der Seite da reinkommen, die verstehen das alles? Ja, wer sich unsere Kanäle anschaut, der interessiert sich ja schon eher für Politik. Und ja, der teilt auch viele politische Grundannahmen. Das heißt, über viele Dinge braucht man auch gar nicht mehr sprechen. Die nehmen implizit sowieso alle an. Also das ist ja jetzt nochmal was komplett anderes. Also deswegen, deswegen würde ich mir diese Sorge gar nicht machen, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Islamisten ins TV setzt und so Leute, die sich damit vorher noch nie beschäftigt haben, seine Moralpredigten hören und da denken, okay, das klingt ganz sinnvoll, was der sagt. Weil sie sich halt nicht mit der Ideologie auskennen, weil sie sich nicht mit Politik auskennen und weil der sich vielleicht gut artikulieren kann, dann, oder neben Rechtsradikalen, neben Linksradikalen, egal, irgendjemanden, der seine krude Ideologie da gut verkaufen kann, dann kann das sein. Aber Leute kommen auf unseren Twitch-Kanal, um sich politische Diskussionen, politische Debatten, um sich politische Reaktionen anzusehen. Das heißt, das sind Leute, die interessieren sich ohnehin für dieses Thema. Ja, zum Teil, glaube ich. Nicht bei allen. Also du hast ja auch zum Beispiel diesen Talk geguckt mit Höcke gegen Vogt. Ich glaube übrigens erstmal auch nicht, dass wir beide jetzt groß die Wahl beeinflussen werden. Also egal, wie oft wir hier noch sagen, dass man eine bestimmte Partei wählen soll oder nicht. Aber du hast ja gesehen, dass die Strategie anscheinend gerade einfach ist, die versuchen nett zu sein und machen auf Kumpel und sagen, hey, so übel bin ich doch gar nicht. Und Krar hat ja auch kürzlich ganz offen wieder darüber geredet, macht er ja auch regelmäßig. Ich glaube, ich habe das gestern erst geguckt, Erwin hat auf diese Honigwabe mit Krar reagiert. Und da hat er ja auch gesagt, wir gehen einfach in eine Diskussion, wir zeigen uns von unserer liebsten netten Seite, sagen, so radikal sind wir ja gar nicht und wir sind ja eigentlich ganz nette Gesprächsteilnehmer. Und dann spielt man Sachen vielleicht auch so ein bisschen runter und sagt, ja, so übel sind wir nicht. Also der wurde ja da noch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da waren ja die Zuschauer teilweise noch sauer, dass Krar nicht genug Ausländer rauswerfen wollte, sondern dass der gesagt hat, naja gut, ein bisschen Migranten behalten wir. Und dann kamen die Leute schon so mit, was, das will der ja dann direkt die Heimat wählen oder so. Naja, aber weißt du, er geht dann in eine Sendung und sagt, naja, ein bisschen hier und ein bisschen da und eigentlich bin ich ein ganz lieber Kerl. Und Höcke hat ja in dem TV-Duell mit Vogt auch nicht so geredet, wie der sonst auf der Bühne in Erfurt reden würde, wenn er da alleine seine Veranstaltungen hat. Das macht keiner. Ja, ja, aber die haben in der Regel, haben diese Leute ja, ob du jetzt einen Islamisten oder einen Rechtsradikalen nimmst, die haben ja schon ein Stigma. Und deren Punktgewinn ist ja, dass sie in irgendeine normale Sendung kommen und ein normaler Gesprächsteilnehmer sind. Und ich weiß nicht, ob das wirklich alle Zuschauer so reflektiert ansehen und einordnen können, ob das jetzt, also ich bin ja auch kein Fan von, ich ordne euch die ganze Welt ein. Ich glaube nur, es gibt so ein paar Leute, die werden halt Diskussionen ausnutzen, um da mit unfairen Mitteln zu spielen und Dinge umzusetzen, die sie nicht so offen sagen. Das kannst du genauso gut irgendwie CDU oder FDP vorwerfen. Das ist schon richtig. Aber also wir haben ja jetzt hier schon irgendwie auf Twitch auch so eine gewisse Bubble, die ist total analytisch und skeptisch gegenüber dem, was Walkies machen oder was Massenmedien machen oder wie man es nennen mag, Öffentlich-Rechtliche oder so, wo man in jedes Detail guckt und sagt, weil vielleicht werden wir hier manipuliert und der sagt das ja nur weil und das ist ja dumm. Und im nächsten Moment kommt dann irgendwie Frank Franz vorbei und Leute sagen, ach, das ist ja ein netter Kerl, lass mal nett mit dem reden. Und das ist, also ich finde ich halt nicht so cool. Ich würde mir da manchmal wünschen, dass da dann auch ein bisschen mehr Kritik da ist und ein bisschen mehr Abstand, weil ich glaube, du hast das auch schon irgendwie teilweise gelesen, das mit Nightharn und mit Bartonek und Co. geredet, dass Leute total von vornherein sagen, mit dem Typen würde ich gar nicht reden oder der ist irgendwie, der ist gar nicht ernst zu nehmen, egal was er da sagt. Es gibt, glaube ich, auf der anderen Seite auch noch so einige Figuren, die man auch so einsortieren könnte. Ja, du hast gerade zwei Sachen durcheinander gebracht. Also erst mal, ob jemand in eine öffentlich-rechtliche Talkshow eingeladen wird oder ob wir hier jemanden in unsere Twitch-Kanäle einladen. Das ist ja ein riesiger Unterschied. Also wir sind nicht der Mainstream. Also wenn wir jetzt einen öffentlich-rechtlichen Kanal managen könnten und entscheiden könnten, okay, den Politiker laden wir ein, den Politiker laden wir nicht ein, da könnten wir jetzt solche Strategiedebatten führen, können wir diese Leute normalisieren? Also das Problem ist ja, dass wir selbst Positionen vertreten, die außerhalb des Overton-Fensters liegen, die nicht normal sind. Also wir ein Interesse daran haben, dieses Overton-Fenster zu weiten und wir dementsprechend auch niemanden normalisieren können. Wir sind nicht der Mainstream. Wir können nicht bestimmen, was die Normalität ist. Wir können unsere eigenen Positionen versuchen, normaler zu machen und das Overton-Fenster in unsere Richtung zu verschieben beziehungsweise es allgemein zu weiten. Also du vertauschst hier gerade so zwei Sachen. Wir sind nicht der Mainstream. Wir haben nicht die Entscheidung darüber, ob, keine Ahnung, Björn Höcke ein völlig normaler Talkshow-Gast ist oder nicht. Wir haben nur die Entscheidung, ob unsere, also wir können nur versuchen, dass unsere Position als normal gilt und am Diskurs teilhaben kann. Ja, das war ja nur ein Vergleich, dass das, das ist, was im großen Fernsehen passiert und bei uns dann sowas in kleiner. Da kommt dann nicht der große Höcke vorbei, sondern vielleicht einer, der zwei, drei Stufen drunter steht oder der aus dem Vorfeld kommt. Und so wie wir nicht die große Talkshow sind, sondern eher irgendwas Kleineres, Unabhängigeres, kommen dann auch dementsprechend vermutlich irgendwelche kleineren politischen Akteure vorbei. Aber die nutzen ja ähnliche Mechanismen. Das dürfen sie ja. Also ich hätte ein ganz, also das Selektionskriterium, was ich anwende, wenn ich mir Gesprächspartner suche, ob sich mit denen eine inhaltliche Debatte lohnt oder nicht, dann schaue ich, versuchen die Gesprächspartner mich beziehungsweise meine Lage zu diskreditieren und da Lügen drüber zu verbreiten. Verhalten sie sich also feindlich oder sind sie an inhaltlichen Debatte interessiert? Und bei rechten Creatern, da habe ich bisher kein einziges Mal erlebt, dass versucht wurde, mich beziehungsweise die Leute, mit denen ich da zusammen in eine Debatte gegangen bin, die zu diskreditieren. Das war eher nicht das, was da versucht wurde. Auf der Walken-Seite wurde jedes einzelne Mal versucht, mich zu diskreditieren. Entweder vor dem Gespräch, im Gespräch oder nach dem Gespräch, sehr häufig. Also dann hatte man zwar eine freundliche Debatte, aber nach dem Gespräch wurde man dann als Verschwörungstheoretiker rechts oder sonst irgendwas beschimpft. Also das ist jetzt eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, danach sollten wir verfahren. Wir sollten gar nicht danach schauen, welche Ideologie hat der andere jetzt konkret, sondern wie verhält er sich gegenüber uns? Ich glaube, dass es diese Art der Taktik gibt, dass die Wokies super toxisch sind. Die zerfleischen sich ja auch alle untereinander gerade. Aber dass eben gerade die Rechten sich einfach als netter Gesprächspartner anbieten wollen. Und ich weiß halt nicht, wie ehrlich diese Freundlichkeit oder diese Diskursbereitschaft ist und wie sehr das einfach ist, dass man sich in dem Feld, wo man noch irgendwo Zuschauer zu sich ziehen könnte, so ein bisschen hier und da fischt und vielleicht noch ein paar Leute hat, die wie du zum Beispiel oder ein paar andere da mit Gesicht sitzen und ganz nett aussehen und ganz nett mit den Leuten reden. Und halt, ja, weißt du, die Leute, die so ganz krass sind, deren Content du sehen kannst, wo die ja quasi schon verfassungsfeindliche Sachen fordern, die haben dann ja alle irgendwelche Cartoon-Figuren als Bild oder sowas. Und wenn man dann Leute hat wie dich oder so ein paar andere, die, wie gesagt, mit Gesicht da sitzen und sagen, naja, so schlimm ist der gar nicht, mit dem kann man schon reden, zu mir war er immer nett. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein paar Leute bei sind, die das ausnutzen würden. Jetzt ist die Frage, was ist verfassungsfeindlich? Ist Vorbereitung eines Angriffskrieges beispielsweise verfassungsfeindlich? Wenn du jetzt einen Krieg gegen den Iran forderst, beispielsweise, soll ja bestimmte Politiker aus Mainstream geben, die das fordern, würdest du dann sagen, mit dem sollte man lieber nicht sprechen, die Positionen sind zu gefährlich? Also ich würde generell keine Politiker hier einladen oder ungerne, vielleicht in ganz seltenen Ausnahmen, weil ich das Gefühl habe, dass selbst kleinere Politiker hier nicht eine offene Debatte machen, im Sinne, dass sie irgendwie reden, was sie wirklich denken, sondern dass sie eine Parteilinie wiedergeben wollen. Das habe ich, kennst du ja sicher, wenn du irgendwelche Interviews mit Politikern guckst, dann spulen die da ein Tonband ab im Grunde, dann wollen die da irgendwie ihre Taktik rüberbringen. Das ist irgendwie so, da musst du halt dann auch dementsprechend vorbereitet sein. Da kannst du ja nicht einfach in ein normales Gespräch rein, wie du irgendwie dich in der Kneipe mit jemandem unterhalten würdest, sondern die wollen da ihre Taktik durchbringen und die wollen da ihre Strategie fahren. Also dann, ja, weiß ich nicht, ob so ein lockeres Gespräch, wenn man einfach mal nett plaudert, vielleicht sogar schadet und ja, nicht wirklich hilfreich ist. Also du bist ja auch bei, du hast das ja bei einem Bartonek zum Beispiel gesagt, du bist mir feindlich gesinnt, mit dir rede ich über manche Sachen nicht. Oder bei Naitan war das, glaube ich, auch, dass du so gesagt hast, okay, der tritt mir gegenüber als Feind auf, der führt nichts Gutes im Schilde, du hättest jetzt wahrscheinlich keine Lust, mit dem irgendwie einen lustigen Stream zu machen, über Dinge, wo ihr einer Meinung seid oder sowas. Gerne, aber das will der nicht. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Die wollen moralische Standgerichte abhalten und den anderen aus dem Diskurs ausschließen. Also wenn die sich anders verhalten würden, würde ich auch natürlich anders mit denen reden. Also da geht, glaube ich, das Motto quid pro quo. Wie du mir, so ich dir. Und da gäbe es dann keinen, wo du sagen würdest, ah, bei dem habe ich irgendwie nicht so Bock drauf mit dem. Nicht pauschal. Also das fände ich mega dumm. Wie gesagt, du hast gerade verfassungsfeindlich als Grundsatz gesagt. Wie gesagt, Vorbereitung eines Angriffskrieges, verfassungsfeindlich. Also jeder Politiker, der Angriffskriege, nicht nur Politiker, jeder Streamer, YouTuber, Influencer, der Angriffskriege gefordert hat, beispielsweise forderten Iran anzugreifen, der damals für den Irak-Krieg war. Es gibt ja genug Journalisten beispielsweise, die den Irak-Krieg verteidigt haben oder die jetzt einen neuen Krieg gegen den Iran fordern. Wer habe ich nicht so genau verfolgt, deswegen weiß ich gerade nicht. Das waren jetzt auch nur Beispiele. Das waren nur Beispiele für Forderungen. Und da würde ich jetzt halt sagen, sollen wir die aus dem Diskurs ausschließen? Nee, das können wir gar nicht. Es ist gar nicht in unserer Macht, die aus dem Diskurs ausschließen, denn die sind Teil des Mainstreams. Also der Mainstream entscheidet darüber, was gesellschaftlich normal ist, über was gesellschaftlich debattiert wird. Wir sollten uns also nicht eine Position anmaßen, die wir nicht haben. Ich glaube, du überschätzt massivst unsere Bedeutung. Ich denke halt auch, sollte das klappen, was wir vielleicht uns wünschen, also angenommen, man hat einen Systemwechsel in irgendeine Richtung, weiß ich nicht, wie vorteilhaft das ist, wenn du Leute in einem eigenen Team hast, die das System in die komplett andere Richtung umkrempeln wollen. Also ob das funktionieren kann, dass man sich vielleicht auch Gedanken machen sollte, was kommt denn nach dem großen Wechsel oder in welche Richtung geht der? Weil ich glaube mal, wenn also die Utopie, die du dir vorstellst und die sich ein Maximilian Krah vorstellt, die ist wahrscheinlich komplett gegensätzlich. Ja, aber der ist ja nicht in unserem Team, das ist ein politischer Gegner. Der ist ein Gegner, okay. Ja, selbstverständlich. Also das, ich habe auch nie was anderes gesagt, auch ein Christian Lindner oder Annalena Baerbock sind politische Gegner. Und ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, mit Erwin hattest du über Sellner und so geredet? Wäre der auch ein Gegner? Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, also ich bin BSW-Vorfeld, ich mache Werbung fürs BSW und entsprechend für eine Politik, die diese Partei vertritt. Also ich bin jetzt nicht, also jeder, der zu einer anderen Partei gehört, Grüne, FDP, CDU, AfD, völlig egal, ist erst mal ein Gegner. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht freundlich mit ihm reden kann. Also dass man trotzdem ein gewisses Maß an Höflichkeit bewahrt aus zwei Gründen. Erst mal, wir können, wie gesagt, nicht bestimmen, wie der Diskurs überhaupt aussehen soll, wer daran teilnimmt und wer nicht. Deswegen wäre es strategischer Irrsinn, Leute aus dem Diskurs ausschließen zu wollen. Diese Macht haben wir nicht. Zweitens, der freie Diskurs an sich ist ja etwas Produktives, was wir versuchen sollten, möglichst herzustellen. Also wenn, also wir sollten möglichst versuchen, mit jedem zu reden, nur durch den Austausch von Argumenten können wir ja rausfinden, was die beste Lösung ist. Also wie gesagt, das erste Argument ist ein politisches Argument, das zweite ist ein allgemeines, du kannst es auch ein moralisches Argument nehmen, dafür, dass der freie Diskurs ein Wert an sich ist, den wir fördern sollten. Aber würden die denn im Diskurs sich genauso gut für deine Seite interessieren und für deine Argumente? Das ist ja, ja, wenn sie, wenn du Sachen erzählst und sie gar nicht darauf eingehen, dann siehst du ja, dass sie sich nicht dafür interessieren. Also das hast du ja, also das siehst du jedes Mal, wenn du mit den Walkies redest, denen ist völlig egal, was du sagst, denen ist völlig egal, was für Argumente du bringst, die unterstellen dir zwei Minuten später das Gegenteil von dem, was du gerade eben gesagt hast. Also das siehst du auch bei Reaktionen von diesen Leuten. Also du sagst etwas, den Talk von denen, sorry. So sorry? Ich stehe durch weiter. Nee, du sagst etwas und die unterstellen dir zwei Minuten später das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Also es ist bei jeder Reaktion dieser Leute, die ich auf mich sehe. Das ist überall das gleiche Schema. Es gibt keinen Walken-Streamer, bei dem ich ansatzweise so etwas wie Good Faith erkennen würde gegenüber uns. Ja, ich weiß nicht, mit welchen du zu tun hattest. Ich finde, da sind schon noch so ein paar Unterschiede. Ich finde, manche sind da doch ein bisschen negativer einem gegenüber. eingestellt als andere. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich erinnere mich nur daran, dass du zum Beispiel mit, ich glaube, Seller war auch dabei, einen Talk hattest mit Schlomo und Kasper, wo die auch gesagt haben, so Agitator, wie sieht es aus mit der Migration? Will Wagenknecht auch die Ausländer rauswerfen? Und dann habt ihr nur darüber geredet. Und als du dann gesagt hast, Wirtschaft wäre vielleicht auch mal ganz gut, hat, glaube ich, Kasper war es gesagt, Wirtschaft ist vielleicht auf der Themenliste Platz 1000 oder so. Erstmal ist Migration. Also wir reden jetzt den ganzen Stream nur über die Ausländer. Und da merkst du ja auch, der interessiert sich ja auch nicht so sehr für deine Seite, sondern der lädt euch dann ein, weil ihr irgendwie ein, ja weiß nicht, ein dankbarer Gesprächspartner seid oder vielleicht auch ein paar Leute mitbringt oder sowas. und dann will er über sein Thema aber reden. Also du hast ja wahrscheinlich nicht angefragt und gesagt, ich hätte wahnsinnig Lust, mal über Ausländer zu reden und alle anderen Themen sind mir egal. Das kam ja eher von der anderen Seite, oder? Nee, Wagenknecht-Partei gegen AfD und die Positionen dieser beiden Parteien sind ja relativ ähnlich. Also die AfD, die ist ja lange nicht so radikal wie beispielsweise das, was in der Honigwabe gefordert wird. Das ist den beiden ja anscheinend auch selber klar geworden, als sie Maximilian Kradern zu Gast hatten. Und deswegen wollte ich das Thema eigentlich relativ schnell abhaken, weil es ja nicht viel zu debattieren gibt, weil die inhaltlichen Differenzen sich dann doch, also die z.B.S.W. und AfD jetzt, wie gesagt, Honigwabe, die haben nochmal eine radikalere Position, weil diese inhaltlichen Differenzen sich ja eigentlich relativ vernachlässigbar sind. Entsprechend wollte ich dann zu anderen Themen die beiden Worten versuchen, das WSW als unglaubwürdig darzustellen. Dann haben wir dagegen argumentiert und geschaut, inwieweit ist die AfD glaubwürdig. Jetzt siehst du das Maximilian Kradern, also der hat deutlich gemäßig da war, als sie Honig war, aber dass selbst der der AfD noch zu radikal ist, ist auch eine interessante Beobachtung. Also es zeigte wieder, dass die AfD, was Migration angeht, gar nicht so weit vom BSW weg ist und wir mit der AfD auch nicht die große Remigration in demografisch relevantem Ausmaß sehen werden. Also das wird es mit keiner Partei geben. Das ist eine völlig illusorische Vorstellung, die in einigen radikalrechten Kreisen sich gemacht wird, die aber wenig nicht mit der Realität zu tun hat. Ich glaube nicht, dass die so nah beieinander sind und ich glaube auch aus unterschiedlichen Gründen. Also ich denke mal, wenn du bei einer BSW-Veranstaltung herumläufst und bist dunkelhäutig oder hast arabische Vorfahren oder sowas und man sieht dir das an, dann wirst du da wahrscheinlich deutlich weniger angefeindet als bei einer AfD-Veranstaltung, oder? Ja, also das läuft jetzt darauf hinaus, dass du AfDlern Rassismus unterstellst. Kann da vermehrt vorkommen in der Partei? Ja, kann da vermehrt vorkommen, wenn ich jetzt nicht ausschließe. Vermehrt, ja, also vielleicht nicht jeder, aber schon einige. Ja, aber es gibt ja auch schwarze AfD-Politiker, also ist ja jetzt nicht so, dass du da gefedert wirst, wenn du da falsche Hautfarbe hast. Naja, ich weiß nicht, wenn die ihren Remigrationspläne so durchkommen, weiß ich nicht, ob die dann vielleicht die Nächsten sind, ob dann so ein Peros Kahn noch seine Videos machen kann oder ob der auch in den Flieger gesetzt wird, wer weiß. Also Remigration, so wie sie die AfD fordert, ist einfach nur die Abschiebung von Illegalen. Das ist das Gleiche, was das BSW auch fordert. Also was im Programm steht. Ja, also wenn du, besonders wenn du aus dem Krieg oder so pflichtest, dann ist es ja eh erst mal illegal. Also du musst ja erst mal irgendwie, also du kannst ja nicht mitten in einem Krieg auf irgendein Amt gehen oder sowas. Du musst ja dann erst mal die Grenze überqueren und dann sagen, ich hätte hier gerne Asyl und ich würde hier gerne, also das, ne, das zu regeln, ist ja eh schon mal ziemlich schwierig. Ja, da gibt es ja dann Asylverfahren und da fordern sowohl das BSW als auch die AfD, dass Leute, deren Asylverfahren abgelehnt wurde, dass die wieder zurückgeschickt werden. Aber das fordern auch die etablierten Parteien, sie setzen es nur nicht um. Also das, wie gesagt, und das Asylrecht, das sagt ja eigentlich, wenn du durch sichere Drittstaaten durchziehst, dann müsstest du da zuerst Asyl beantragen und das wird ja auch vielfach nicht gemacht. Das heißt, diese Leute hätten theoretisch auch keinen Asylanspruch. Ich glaube aber auch einfach, dass das bei BSW nicht so weit oben auf der Themenliste steht. Also wenn man das sortieren würde, was einem wichtig ist, also ich habe auch eine Rede gehört von Amira Muhammad Ali und von Sarah Wagenknecht, da ging es sehr wenig um Migration und ich glaube, bei einer AfD-Rede wirst du das schon häufiger hören. Da geht es ja sehr, sehr oft darum. Das scheint ja irgendwie so fast das einzige Thema zu sein. Ja, absolut. Die Priorisierung ist eine andere, aber das heißt ja nicht, dass man inhaltlich da weit auseinander liegen würde. Und dementsprechend, wie gesagt, die beiden wollten es die ganze Zeit auf Migration lenken. Dann haben wir später noch über Wirtschaftspolitik debattiert, bei Kritik gegenüber Transatlantikertum. Da haben sie ja sogar gesagt, ja, ihr habt recht, da glauben wir euch, dass die Wagenknecht-Partei der kritische ist. Was sollen wir da sagen? Nee, wir argumentieren da jetzt trotzdem noch für, wenn sie sagen, okay, ihr habt da eh recht. Nehmen wir den Punkt und gehen zum nächsten Thema. Also das war ja jetzt, wie gesagt, das war ja eine im Großen und Ganzen konstruktiv geführte Debatte von allen Seiten. Das war ja jetzt nicht so, dass da einer schlecht weggekommen ist oder dass da irgendwelche Kampagnen gegen den anderen gefahnd wurden. Also das völlig anders als bei allen, ausnahmslos, allen Walkies, wo ich bisher zu Gast war. Du kannst dir ja auch mehr erlauben, wenn du die Hegemonie hast. Also wenn deine Partei an der Macht sitzt, dann kannst du dich ja auch in Gesprächen ganz anders verhalten oder wenn du Gleichgesinnte in großen Medien hast, dann kannst du sowas natürlich machen. Aber sollte jetzt irgendwo eine AfD-Regierung entstehen, vielleicht also jetzt nicht nur irgendwie in Sonneberg, da dieser eine Bürgermeister, das ist ein Kleinkram, aber angenommen, die hätten jetzt wirklich mal den Landtag in einem ganzen Bundesland die Mehrheit oder sogar irgendwo vielleicht im Bundestag eine Mehrheit, dann glaube ich, dass es andersrum ja jetzt auch nicht mehr so einfach wäre, die so einfach zu kritisieren, wie wir jetzt die Ampel kritisieren können, sondern da wäre man dann wahrscheinlich doch nicht mehr so liberal. Die geben sich natürlich so wie, hey, wir können mit allen reden, kein Ding und natürlich komme ich auch in deine Sendung und du kannst gern zu mir, und wir finden es voll doof, dass Zensur stattfindet, weil sie halt, die sind, die zensiert werden. Aber ich glaube, wenn die am Hebel sitzen, dann sind die vermutlich auch nicht so zimperlich, damit den einen oder anderen Kanal auszumachen oder die eine oder andere Aussage zu kriminalisieren. Ja, das kann sein, aber dann können wir unser Verhalten gegenüber diesem Lagerjahr beziehungsweise gegenüber den einzelnen Personen daraus dann neu austarieren. Also es gibt ja in jedem Jahr ein breites Spektrum mit Leuten, die du eventuell reden kannst und dann mit Leuten, die du nicht reden kannst, was ja gar nicht so viel mit deren persönlicher Ideologie zu tun hat, sondern einfach mit dem Verhalten gegenüber dir und ich würde das zum entscheidenden Maßstab machen. Wie verhalten sich diese Leute gegenüber uns und nicht, welche Ideologie haben sie jetzt konkret? Ich halte gar nichts davon, irgendwelche Stimmen, auch extreme Stimmen aus dem Diskurs auszuschließen, denn auch extreme Meinungen müssen im Diskurs widerlegt werden. Und wenn da jetzt irgendjemand, wie gesagt, Vorbereitung eines Angriffskrieges fordert oder ja, wenn jemand sowas fordert, da muss man dann natürlich gegen argumentieren und dann kann man, also wie gesagt, wir können sowieso nicht solche Stimmen aus dem Diskurs ausschließen, aber selbst wenn wir es könnten, sollten wir doch eher versuchen, diese Stimmen mit Sachargumenten zu widerlegen und zu sagen, nein, es ist kompletter Irrsinn, wenn da im Nahen Osten Flächenbrand ausbricht und es da Dutzende Millionen Flüchtlinge gibt, von denen wir dann eventuell einen Teil aufnehmen müssen. Das ist aus jedweder Perspektive, egal ob du rechts oder links bist, absolut nachteilig für die riesige Mehrheit der hiesigen Bevölkerung als auch für die dortige Bevölkerung. Also wenn ja Krieg ausbricht, das wäre katastrophal für alle, das muss unter allen Umständen verhindert werden. Der Einzige, der profitiert ist, sind die Rüstungsproduzenten und das kann man ja im freien Diskurs argumentieren. Da muss man diese Leute ja nicht versuchen auszuschließen, was wir, wie gesagt, ohnehin nicht können. Wir haben nicht die Macht, Leute aus dem Diskurs auszuschließen. Mir geht es auch nicht um den Diskurs an sich. Ich würde auch nicht sagen, niemand darf überhaupt mit diesen Leuten reden, aber ich würde halt manche nicht einladen und ja, würde mir halt von ein paar anderen Leuten vielleicht auch wünschen, dass die dann sagen, na, ich glaube, der Typ führt nichts Gutes im Schilde, dass man halt nicht so naiv da einfach reinrennt und sagt, ich rede hier jetzt mit jedem, weil das kippt dann oft in so eine Richtung, dass dann, dann hast du ein paar Mal zu oft vielleicht Extremisten da gehabt und die anderen haben dann keinen Bock mehr zu kommen und dann sendest du fast nur noch mit denen. Wenn jetzt, also zum Beispiel, dass Tilo Jung den Krah eingeladen hat, sehe ich kein Problem bei, weil der ja, ja, der hat genug Übung dabei, der weiß, worauf er achten muss, der ist routiniert, was Interviews angeht. Ich finde, dem kann man das anders vorwerfen, als wenn der jetzt bei irgendeinem Streamer wäre, bei irgendeinem von uns oder sowas. Ja, also, also Maximilian Krah, der, es ist ja der Europawahl Spitzenkandidat der AfD, den könnte man schon zu einigen Themen befragen. Also beispielsweise, wie sich die AfD die Auflösung der Eurozone vorstellt, da hätte ich schon einige Fragen, die ich gerne stellen würde und ich glaube auch, dass er da dann keine Antworten wüsste. Also du musst ihn bei den Themen stellen, wo du dich natürlich mit gut auskennst. Alles andere wäre ja auch bescheuert, mit anderen Themen beschäftigst du dich ja nicht. Du kennst dich damit ja gut aus, weil du dich damit so viel beschäftigt hast, weil es dich interessiert. Ja, das würde mich dann auch interessieren, aber das, wie gesagt, bei dem, bei dem Honigwarbe Talk, da bist du ja auch reingegangen mit, ich bin hier der Wirtschaftsexperte und dann haben die gesagt, ja, sonst egal, da reden wir halt nicht drüber. Also das war ja vorher schon, bevor es zu dem Gespräch kam, wurde ja, glaube ich auch Kasper Kast schon mal einzeln gefragt, ob der mit dir reden würde und dann hat er gesagt, ne, da bräuchte ich ja ein Lexikon, um mit dem zu reden, der redet über so viele Dinge, die ich nicht verstehe und ja, wenn man dann in der Position ist, dann versucht man es natürlich auf die Richtung zu drehen, dass man sagt, aber macht denn dein BSW genauso viel gegen die Ausländer wie unsere AfD und die anderen Themen werden dann erstmal nach hinten gestellt, weil er ja selber weiß, dass du dich da besser auskennst. Ja, aber das war ja jetzt, ja, aber wir haben ja relativ gut zeigen können, dass sich die Positionen hier nicht groß unterscheiden, die im Programm stehen, also dass die beiden ihre Zuschauerschaft da eine Radikalität signalisieren, die ja so nicht vorhanden ist und dass das vielleicht bei Teilen der Zuschauerschaft vielleicht zu einem Nachdenken angeregt hat, dass man Migration so nicht priorisieren sollte, weil es sowieso keine Partei gibt, die eine demografisch relevante Remigration fordert. Also wir werden in Deutschland einen demografisch relevanten und wahrscheinlich über die nächsten Jahre auf wachsenden muslimischen Bevölkerungsanteil haben und dagegen wird auch keine Partei was unternehmen, auch keine AfD. Also das ist ja einfach so und wenn irgendwelche rechten Influencer versprechen, wir schieben ja alle Muslime ab oder so, dann ist das einfach, also ist das erstmal eine falsche Forderung an sich schon, aber es wird zum anderen nicht passieren. Also die versprechen ihren Zuschauern etwas, was sowieso nicht passieren wird und das haben wir ja ganz gut aufgezeigt. Ja und wenn man das sagt, wenn das der eigene Kandidat sagt, dann wird der ja angegriffen. Also ich habe mir das ja angeguckt, dass die gesagt haben, wir hätten gerne hier einfach alle raus und dann hat der Krar gesagt, ja sorry, das geht nicht und da waren ja dann einige richtig grantig und meinten ja dann direkt NPD wählen oder sowas und die kommen auch nicht auf die Idee, dass die das auch nicht machen könnten. Also das, sorry, das stellen sich die Leute so einfach vor, wie wir fahren hier ein paar Busse vor und dann gehen die da alle rein und dann sind die weg. So einfach ist es halt nicht. Das ist halt einfach nicht umsetzbar, abseits davon, wie man da moralisch zu steht. Also die Versprechen sind einfach einfach unhaltbar. Genauso wie dieser Typ in Sonnenberg ja auch einen Wahlkampf gemacht hat von wegen raus aus dem Euro und Verbrennermotor retten und der ist halt Bürgermeister in irgendeinem Café in Thüringen. Die können da überhaupt nichts dran ändern an diesen Themen. Die werden auch auf Bundesebene nicht aus dem Euro austreten. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, zumal das ja wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt so eine clevere Idee wäre, oder? Das wäre eine Katastrophe. Also die deutsche Wirtschaft, die hat ja gerade jedes Jahr über 200 Milliarden Euro an zusätzlicher Nachfrage durch die Leistungsbilanzüberschüsse, die sie erzielt. Wenn das über Nacht wegfiele, dann müsste irgendjemand diese 200 Milliarden Euro Lücke füllen. Wer könnte das sein? Eigentlich nur der Staat, aber bei dem sagt die AfD, er solle keine zusätzlichen Schulden machen. Also die Unternehmen sparen, die Privathaushalte sparen sowieso, das machen sie überall auf der Welt. Das Ausland führt diese Lücke nicht mehr. Der Staat spart dann auch noch. Also das läuft auf den wirtschaftlichen Kollaps hinaus. Das wird dann eine Wirtschaftskrise größer als alles, was wir hier in den letzten 70 Jahren erlebt haben. Wenn man das umsetzen würde. Deswegen wird die AfD das nicht umsetzen. Also dieses Programm würde in die Katastrophe führen und dementsprechend wird sie es nicht umsetzen. Dementsprechend ist das meiner Meinung nach auch nur Maulheldentum. Ja gut, aber wir werden ja einen Grund haben, das zu versprechen. Und deswegen, das passt ja dann eigentlich wieder in die Vermutung, die ich habe, dass die Sachen versprechen, von denen sie vorher wissen, dass sie die eigentlich gar nicht umsetzen wollen. Einfach nur, weil man damit ein paar billige Stimmen kriegen kann. Dass man den Leuten irgendwie sagt, ja, bei dir um die Ecke ist doch irgendwie, sind doch irgendwie ein paar Ausländer, die gefallen dir nicht. Und seit es den Wechsel in den Euro gab, hast du weniger Geld als vorher. Wir machen da schon was. Und die wissen ja von vornherein, dass sie das halt nicht machen werden. Ja, ja. Ich glaube, hier im Vorfeld gibt es halt auch einige Leute, die genauso drauf sind, die dann zu dir sagen, ja, wir sind doch nette Kumpel und wir machen ein bisschen Ringelpieze und wir reden mal irgendwie darüber, dass die Ampel doof ist oder so. Aber ja, wir finden ja die Ampel wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen doof. Wenn du denen dann sagst, du findest die Ampel aus wirtschaftlichen Gründen blöd, dann wird wahrscheinlich von rechter Seite, entweder verstehen die das gar nicht oder es wird sowas, ja, du wirst sowas zu hören bekommen, dass du da vielleicht sogar noch weiter drüben bist und dann bist du für die auch noch ein Walkie und wenn du irgendwie sagst, dass, also du hast ja, wenn du im Mixed Talk sagst, der Mindestlohn muss höher oder so, dann wird es ja wahrscheinlich von rechter Seite auch einige geben, die dir dafür sagen, dass du ein Walkie bist. Ja, ja, sicherlich, sicherlich. Aber wie gesagt, das kannst du von Gast zu Gast unterscheiden, wie der sich gegenüber dir verhält. Du musst ja nicht alle immer über einen Kamm scheren. Also natürlich, Politik ist eine tribale Angelegenheit. Politik funktioniert in Lagern. Das jetzt zu leugnen wäre, glaube ich, ein bisschen dämlich. Aber du kannst dir ja, also es gibt ja in jedem Lager eine große Spannbreite und du kannst dir bei bestimmten Leuten angucken, okay, mit denen kann ich reden und bei anderen, okay, mit denen möchte ich jetzt nicht reden. Du kannst das ja auch selber entscheiden. Also niemand zwingt dich ja, irgendwen einzuladen. Ich finde, dieses grundsätzliche Argument, die sollte man weniger einladen, das finde ich falsch. Man sollte mehr miteinander sprechen. Wir sprechen viel zu wenig, beispielsweise mit den Rechten. Wir sollten viel mehr mit denen reden und viel mehr Argumente austauschen. In meiner Meinung nach haben wir die besseren Argumente, vor allem was Wirtschafts- und Außenpolitik angeht. Muss man sich dann aber halt auch sehr gut drauf vorbereiten, weil das wäre ja eine Katastrophe, wenn die dann reinkommen und dann, naja, vielleicht einfach bei dir nur irgendwie ein paar Zuschauer abwerben und ein paar Wählerstimmen holen und du vielleicht auf irgendwas nicht gefasst bist oder so. Deswegen glaube ich auch, dass, also ich würde mir manche Gäste zum Beispiel einfach nicht zutrauen, weil ich denke, die sind zu sehr in ihrem Thema und die wissen auch, wie man irgendwie auf dieses Thema rüberlenkt und die haben halt auch teilweise eine recht unangenehme Zuschauerschaft, die dir dann irgendwelche Drohungen schickt oder so, dass du dann auch noch ein bisschen angespannter bist und nicht einfach so frei reden kannst, wie du möchtest. Also das hast du dann, von der Wokie-Seite haben die dann sowas, dass sie dir irgendwie sagen, wir melden dich und wir kriegen deinen Kanal irgendwie ausgemacht oder von rechter Seite gibt es dann halt auch Leute, die dann sowas schreiben, wie wenn ich dich mal sehe, dann wirst du schon noch sehen, was du davon hast oder sowas. Also Drohungen habe ich bisher ausschließlich von Wokies bekommen, aus keiner anderen politischen Bubble. Naja, vielleicht warst du zu den anderen zu nett. Ich bin zu jedem nett. Ich bin zu jedem erst mal nett. Ja, ich weiß auf jeden Fall von Leuten, dass sie solche Drohungen bekommen haben. Deswegen bin ich dann natürlich auch den Leuten, aus deren Bubbles das kommt, nicht so positiv gegenüber eingestellt. Wenn du halt mitbekommst, dass da irgendwie Leute gedockst wurden und dann ruft man da die ganze Zeit an oder geht da irgendwie vorbei. Und, ähm... Ja, ich will nicht bestreiten, dass es sowas in allen politischen Lagern gibt, aber bei mir, ähm, gegenüber mir, beziehungsweise gegenüber uns allgemein hier auf Twitch, habe ich das halt aus einem bestimmten politischen Lager sehr exzessiv, sehr stark wahrgenommen und aus allen anderen politischen Lagern ähm, in wesentlich, wesentlich geringere Intensität. Die anderen Lager sind ja bei Twitch auch deutlich weniger vertreten. Also, das, äh... Der Mainstream, der ist ja auf Twitch auch am stärksten. Ja, gut, äh, so unpolitische Leute, die da gar nichts mit zu tun haben, aber bei diesen politischen Streamern, das geht ja dann doch alles ziemlich in eine Richtung, oder? Ja, du hast, äh, Woke-Streamer, du hast, äh, einige rechte Streamer, du hast, äh, liberale Streamer. Was? Wie viele rechte Streamer gibt es denn, die du kennst? Also, ich kenne da eigentlich nur zwei, drei. Kasper Cast, äh, Realtalk ist das. Guck mal, das sind doch die gleichen Leute, oder nicht? Ähm, Wusterbratwurst, ähm, mir fallen vier Stück ein. Aber ist nicht bei Ketzerkirche und bei, ähm, und bei, äh, Kasper Cast. Naja, gut, die machen dann Crossover quasi, ne? Aber das ist ja im Grunde, ist das ja, ist das ja eine Bubble, oder? Also, das ist halt Honigwabe und, äh, dann nochmal irgendwie, so ein anderer Typ ist da noch mit dabei, aber, also, die kooperieren ja auch viel untereinander und das ist ja schon so ähnlich eine Clique wie bei den Wokeys, nur halt ein bisschen weniger, ne? Ja, bei den Wokeys, da gibt es Dutzende. Man entdeckt jeden Tag neue. Da fragt man sich auch, wo die alle herkommen. Naja, also, wenn du, ähm, deren, äh, deren Ideen regelmäßig, ähm, im Fernsehen, in Social Media, äh, überall überträgst, dann kommen natürlich auch mal Leute nach, die das ähnlich sehen. Hm. Ja, ja, aber von uns gibt's mittlerweile auch schon so, äh, zehn Leute bestimmt, so auf einen Dutzend kommst du bestimmt, wenn du alle mitzählst. Aber meinst du nicht, mit den Wokeys könnte man, wenn die von ihrem komischen Trip runterkommen, eher kooperieren, als mit Leuten, die davon träumen, ein paar Milliarden Leute irgendwie in ein Flugzeug zu setzen und, was weiß ich, wohin zu schicken? Ich will weder mit dem einen noch mit dem anderen kooperieren. Also, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Also, das, äh, das ist auch bei anderen, wenn ich mit denen darüber rede, wenn du mit jemandem diskutierst und ihm Argumente, deine Argumente darlegst, dann heißt das ja nicht, dass du kooperierst. Wenn ich hier Kommunisten zu Gast habe oder Libertären und ich mit denen dann über Kommunismus oder die Abschaffung des Staates debattiere, dann heißt das ja nicht, dass ich mit denen kooperiere, sondern dann tausche ich Argumente mit denen aus. Und das sind ja beides, jetzt aus liberal-demokratischer Sicht, wären das extremistische Positionen. Aber ich finde, mit beiden konnte ich bisher gut reden. Also, mit denen hatte ich die angenehmsten Debatten mit den extremsten Gästen, die ich hier hatte. Und so gesehen finde ich das, ja, finde ich das, dieses Denken, wenn du gleich mit jemandem einen Talk machst, dann kooperierst du mit dem, das finde ich falsch. Also, du solltest versuchen, sachliche Argumente auszutauschen. Das geht halt nur mit Leuten, die halt auch dazu bereit sind, sachliche Argumente auszutauschen. Wenn das Ziel der Gegenseite ist, dich aus dem Diskurs auszuschließen, indem man dich als moralisch verwerflichen Menschen darstellt, also sei es durch Vorwürfe, Antisemitismus, Rechtsradikalismus, Faschismus, Nationalsozialismus, alles Dinge, die uns die Borghys ja, in dessen Nähe uns die Borghys ja gerne rücken wollen, wenn sie Langeweile haben. Ja, wenn die Gegenseite das versucht, dann ist es halt schwer, mit der eine sachliche Debatte zu führen.